Ein Glas zu viel, ein Chromosom zu wenig. Ein zu schneller Wagen, eine zu langsame Reaktion. Keine Luft, keine Liebe, kein Schlaf. Zu früh geboren, zu lange gelebt. Vater, Mutter, Zufall. Es gibt unendlich viele Ursachen für Behinderung, aber nicht ein Grund für Diskriminierung. Mehr unter keinmenschesperfekt.de Eine Initiative der Caritas.